Servus Pyros heute gibt es für euch von Funke den Schallerzeuger Hanne Badger eingestuft in p1 und 30 Gramm verteilt auf fünf stück und wir sind gespannt was die teile können viel spaß beim test so leute jetzt kommen von Funke die Hanne Badger machen wir mal zwei stück Alter geil Einer noch. Top Teile. Kaufempfehlung. Richtig geil. Jo, also kann ich nur empfehlen, diese starken Teile. Ich meine, ich habe die auf dem Feld gezündet, da geht eigentlich der Schall verloren. Aber die haben trotzdem so gedrückt, das ist einfach unglaublich. Da hat Funke wieder. Ja, Funke halt, ne? Haben wir nichts zu sagen. Richtig geil. Bis zum nächsten Video.